Herzlich Willkommen Leute zu einer neuen Runde CSGO mit Hodder Alex Kundran. Hallo. Wir spielen heute zu Drill und haben einen einzigartigen super coolen Random dabei, der... Wie heißt der denn? Homo heißt der. Homo heißt der. Ich dachte das ist Homo. 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 Da steht ich wollte dich grad fragen was hast du für ein Zeichen von anderen. Hey. Lol. Ist ja super lustig. In meiner Aufnahme war ich ganz 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 links und rechts. Hä? Homo. Homo. Kitchen hat richtig crazy. Kitchen low. Kitchen richtig low. Ja Kitchen hab ich. Habt ihr den Bank? Ja. Es sind alle down. Letzter kommt kurz. Homo. Homo. No. Homo. 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 immer Low Sense spielen, dann merkst du sofort, wenn das anders ist, ja? Ich hab's ja irgendwann gemerkt, aber wir haben so viele Spiele gespielt, die Maus ist ja nicht immer gleich. Oh, die wird scheiße. Connect hat's auf jeden Fall in der... Ich seh nix, ich seh nix! Ah, ist jetzt sauber, glaub ich. Es gibt schon ne Flitze. Okay. Du homo! 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 What the fuck! Ihr habt euch abgesprochen, das ist gar kein Render. Und der ist eigentlich im Teamspeak. Ich denk halt auch jedes Mal, dass ich ihn danke will gerade, wenn ich auf den gucke, ey. So komisch, ja? Was ist eigentlich für ein cooles Symbol, was er vor seinem Namen hat? Hm. Keine Ahnung. Wir zocken einmal wieder ein bisschen Just-For-One. Schön locker-floppig am Abend, damit auch mal Counter-Strike-Con an sich wiederkommt. Ja, Hotter spielt aktiv, deswegen kann der uns ziehen, wir Smurfen gut rein. Also eigentlich ja nur ich und Hotter. Smurf hat ja nicht mal einen Rang zum Spielen. Nicht mehr. Der ist auf A. Oder? Der hat gerade seinen Schalldämpfer abgeschraubt oder ran geschraubt. Aber jetzt haben sie Waffen. Jetzt geht's los. Gute Taktik, ey. Schalldämpfer? Naja, sein Schalldämpfer. Irgendwas hat er auf jeden Fall auf die Waffe abgeschraubt. Ich weiß nicht, ob er rauf oder abgemacht hat. Wenn man den Schalli abschraubt, dann hat man jedes Spiel nicht verstanden. Vor allem macht man dann schön Sounds dabei. Was hat der hier eigentlich für ein Hemd? Hä? Was hat Alex für ein komisches Hemd hier? Wieso? Was hab ich denn? Das ist mein Merch. Kauf mein Merch. Von Lufenverkauf. Äh, natürlich. Das ist nur fürs Molly. Oh, scheiße. Ja, das ist mein Merch. Da steht eine Molly-Anleitung mit drauf. Supergeil. Da ist auch einer. Window. Window low. Und A. Smoke! Aua. Besser müsste die Pilchen kommen, bitte. Nee, ist CT schon. Aber die haben noch nicht gekauft. Nee, ist CT schon. Ja. Aber die haben noch nicht gekauft. Also er hat eine USB. Ne? Nee, ist CT schon. Ich glaub, die geben gleich auf. Nein, die müssen erst noch einmal fragen, was... Doch, die Fragen. Ich wollt grad sagen, die Fragen schon die ganze Zeit. Dann muss er jede Runde fragen, sonst bringt ihm das nichts. Kann sich ja pro Runde ändern. So mitten in der Runde mal ein Downcrank. Wer ist eigentlich, welche Farbe von euch überhaupt? Ah, Hotter ist... Nee, Hotter ist nicht blau. Okay. Hotter ist green. 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 Dachte echt, ich hab rechts einen gesehen. Der ist halt ein Truck. Dachte echt, der war rechts. Der war rechts. Einen hab ich. Einen noch. Oh, 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 hinter uns. Ausziehen? 1 AP. Ja. Hast du schön gemacht. 1 AP. Auf allem gemacht. Flashback. Da war ein Mid-Scout. 1 AP. Oh, lol. Man. Hey, Spawn. Oh, lol. Spawn. Das ist ein Franzose. Check-up. Was heißt ein Check-up? Ab. Ab war halt. Die Apps. Wollte aufgeben halt. Oh Gott. Pro Apps? Ja. Hat ne AK irgendwo. Schafft er nicht mehr. Er kann auch runtergesprungen sein, theoretisch. Ich renne weg. Tschüss. Von links sind wir sie. Homo. Ne. Oder ist mega der Homo. Yes. Sagt auch noch. Yes. The world is ours. We fear no one. Welcher Film war das eigentlich mit, ähm, mit diesen, ähm, Bufu, Bufu oder Bufu? War das Bufu? War es Bifi meinst du? Ne, Bufu. By Fuck Your Mom oder sowas? Ne, wie war das? Oh Gott, wie hieß denn das nochmal? Das war Bufu, oder? Keine Ahnung von was. Es gibt einen ganz bekannten Film, ey. Aus unserer Jugend, ja. Ja, anscheinendlich, Alter. Du bist... Ich wär so. Film aus der Heimat in Berlin, oder was? Nein, das war so ne Verarsche. So ein bisschen wie... Ähm, ja. Wie andern Sachen, die es so gibt. Smoke EU. Oh Gott. Oh, verdauer. Oh ja, der hat mich gut gedrückt. Was löchbisch hat. Was löchbisch hat. Löchbisch. Er ist glaube ich oben rein, Window. Oh, nice. Was war das denn alles? Was denn? Hast du nicht meinen krassen Molly gesehen? Ja. Da war ja schon von vornherein klar, dass du es nix wählen, ey. Ich hab grad das Ding wär weiter links, das Loch, ey. Haha. Ja ja. Ja ja. Ja ja. So läuft das halt, ne? Ich hab meine Mausins geändert, ich kann halt nicht mehr so aimen, jetzt. Das ist echt, also in Counter-Strike ist das echt schwer. In jedem Spiel vielleicht das schwer. Aha, in Counter-Strike ist das am schlimmsten. Ja, vielleicht Raine halt auch noch oder so. Aber mit anderen spielen wir das okay. Ja ja, bei Molly geht es nicht. I'm blowing smoke. What's the fun? Of course. One window maybe. Flashback. Flowing fire. Check jungle. I am landing the bomb. Connector. So made von uns, oder? Der Connector gekommen. Achso. Wollt schon sagen. Ja, ist aber auch Connector. Connector. Nice. Oder Connector. I'm flowing flashback. Aua. Können wir eine AWP haben? Vielleicht? Ich muss es noch verliefen. Oh, sorry. Wie hilft er neben dem Haufen? Du bist weg, please. Oh ey, dafür kriegt er die Akku. Jetzt guckt er so, eh? Will er nicht, guck er. We were trying. Was macht er jetzt? Jetzt guckt er ganz doof, ey? Und denkst du so, was für Assis hier. Aua, jetzt geht's ab. Ach, die Negge ist am Start. Oh, 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 oh. Ich bin so schlecht. Okay. Okay, ich hab's versucht mit der Degel. Ich hätte weggezogen. Haben sie aufgegeben. 2 Stück da. Ne, ne. Weißer. Und das ist mal ein Sturm. Ne, das dritte war ein Sturm. Ich erinnere die Maus jetzt wieder zurück, weil ich dann krasser bin. Immer ist das wahr. Ja. Warum liegt er auf B? Hättest du mal Käffler nachkaufen können, hm? Wieso reicht dann 39? Auf 50 kauft man, oder? Oh, da steht ein AWP sogar. Wie läuft die mal einfach rein. Wie aber? Ey, das ist aber ne Position, wo kein Mensch steht, ey. Doch. So mitten im Gang? Ne. Ja, doch. Ja, auf Silber 3 oder so. Weiß ich jetzt auch nicht vermutet. Da stehst du da hinten und guckst durch den kleinen Schlitz, der da ist mit der AWP. Ich spiel's ja mit Standard-Mouse-Sense, deswegen rushen wir einfach A raus und ich hol die. Alle mit einfach A. Ich geh oben, okay? Gut. Tschüss. Wir öffnen eine krasse Flash, ganz der Spot ist blind. Ja. Schon meiner hoch. Ich bin raus. Zack. Erster Down. Ja, easy. Hat er auch, ja. Connector? Ne, Jungle. Jungle hat mich... Oh. Oh. Oh, 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 so... Oh ne, jetzt kommt er raus, was im Timing. Löw. Ach, Stairs. Da hat der Blaue die Stairs nicht gedeckt. Ne, er konnte auch nicht. Er hat nie behauptet. Wieso der Blaue ist auf Dorendon, wieso er das behaupten? Na ja, hat er auch nie behauptet. Aber seine Aufgabe. Ich glaube, der hat gerade eher Angst, dass er für CT gekillt wird vorher. Der hat nicht vertraut. So, hier. Molli einfach kurz auf die Stairs werben können, ja. Und nicht wieder random gegen die Wand. Nein, Molli ging in Dings. In Jungle. Molli war mitten, nein. Natürlich war der in Jungle. Nein, Molli hat doch genau den getroffen, den du gekillt hast. Das lag mit auf Platz. Nee. Das ist doch Jungle, man. Mitten auf dem Platz, das ist Jungle. Kennst du nicht den neuen Jungle-Platz? Oh, der ist low. Der muss richtig low sein. Gar nicht schön. Gut, ey. Gut, warte. Welcher war das heute? Ich hab gegengeklickt. Das war ja gar nicht heute, das war ja oben. Oh, mo. So, zwei noch. Einer auf jeden Fall auf A. Ja. Ach, come on. Ja? Richtig. Wann ist das? Sandwich. So. Oh, ich feuer. Wüsste der Tetris oder Sandwich sein dabei? Der andere ist... No. 64, äh, 54.2 Jungle is low. Hat ne HBP. Ja. Oh, guck den dran, ey. Jetzt kannst du... Nein! Oh! Leif! Hä? Smoke! Los, Gunnar, piek! Hol ihn dir! Okay. Ja, ist CT wahrscheinlich weg. Nee, nee. Das ist Jungle immer noch. Ah, okay. Aber zum Glück auch low. Ja, ja. Hab ich ja. 54 in 2 hab ich ihm gegeben. Will ich jemanden haben? Puh, mir ist egal. Äh... Auerkarspielen ist wurscht. Der eine Dude bei denen ist gar nicht mal so schlecht mit der AWP. Wer war denn das? Ist das hier der... Pfiffler? Come on, let's go. Negative. Jo. Yes. Hit. Oh. Oh. Ups. Ich hab unseren Typen. Sorry, man. Na, warte, warte. Was? Ich glaub einer... Okay. Na, ich wollt grad sagen, einer steht gleich in der Smoke oben. Oh, jetzt hab ich nur zwei Typenjacks mal in der Welt gekriegt. Alternative. Oh. Victory ist auf. Alter, wie sieht ein Hotta... Ne, wie sieht dieser Morpho aus? Der sieht aus wie so ein alter Mann mit einer Brille. Hat der? Ja. Hat der eine Brille auf? Oh, der Morpho, ey. Au. Was kann das denn sein? Ich bin so schlecht geworden. Muss die Maus ändern. Wieso geworden? Du bist doch schon immer so. Einer ist glaub ich Bang. Hier nicht der. Okay, aussehen. Bei Dekade. Nein, Bang ist immer noch da. Alter. Ey, könnt ihr mal euren Namen ändern? Ich war ein bisschen dauernd dort da mit diesen Random Typen, ey. Als Nr. muss man das wissen. Ah, da steht einer vor mir. Das ist total scheiße mit den Namen gerade. Ich hab nix dafür. Ja, ich denk du wüsstest, dass er safe ist dahinten. Ich renne raus. Aber er steht dann gegen vor mir, weil der Random halt nix anderes gesagt hat. Total bescheuert. Okay, ich merke mir einfach, Hashtag bist du. Hashtag bist du. Aufhörner bist du. Fein bitte. Thundercrawl könnte sein. Moment. Mein Schott. Ah lol, du wirfst sie so. Lol. Über Tee. Alex, Blende. Jaja, was ist mit den zwei Short Typen? Ohja, steht in der Smoke deswegen. Okay. Terrorist win. I'm throwing flashback. Aua. Boah. Boah. Warum werde ich hier bestochen von Messern? Agrit. Agrit. Ich kann die Comments leider nicht machen. Oh, jetzt rede ich im Game. Hey, hör auf. Agrit, er hat die Karte dazu. Ich hab die leider nicht an. Die Voice Comments. Alter, was ist das denn für ein Peaking? Unglaublich. Hallo. Hallo. Oh, da war's. Green Jungle. Nice. Das hört sich manchmal an, ob der Deutsch reden. Das ist so lustig. Du hast aber gechokt, Alex. Du auch. Nein. Mein Safekiel hat auf mich geschossen. Er ist schon hinten, ja genau. Mann. Ich geh auch gar nicht um. Der Hotter, ey. Der ist so gefokust auf die Bombe. Boah. Hotter. Richtig schlecht. Wie viel Geld haben wir denn? Ja, okay. Nuch um jetzt richtig geiles. Hier, Mofo. Kondant kriegt die Bombe. Hast du gut aufgenommen. Too many motherfuckers. Pufu hieß das. Hab ich das schon mal gesagt? Was denn? Mann, ey. Mann, ey. Das war wegen einem Film, den keiner kennt. Doch, das ist so mit einer Schule und so. Ja, mit so den Asiaten und so einen anderen Typen. Ja, das ist ein ganz bekannter Film, den keiner kennt. Der war wirklich bekannt. Der ist der bekannteste Film, den ich kenne. Wer ist denn das hier vor mir? Mann. Oh, der gibt mir am Stand. Im window 60. Im window 60. Also Kitchen. Also Kitchen. Wie sie alle hinterher rennen? Der ist super. Hoho. 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 Das ist ja inzwischen Bullshit. Achso, ich muss ja Mitte machen, ne? Ja, das ist eigentlich normale Taktik, ne? Das wird ein R-Rush. Ja. Ja. Ah, Lex wird geboost. Shoot. Alter. Der klaut mir alle Kills. Was ist denn das hier? Was war denn das für die Scheiße? Mann, Storz. Mann, Fabos. Okay, was auch jetzt? 360 Nade? Na, der hat bestimmt... Ja, krass. Toll. Ja. Nur weil ihr da 360 Nades macht, blendet der und kriegt Geld. Ah. Warum war keiner Mitte? Dickel. Der ist von A rübergelaufen. Action Jackson. Zack, zack. Da oben ist er. Der hat ne Dickel. Ja. Easy defuse. Gib ihm Chancen. Ich geh da jetzt hoch. Das zählt nicht. So. Nice. Wow. Da ist noch einer. Da schießt noch einer. Genau. War ich. Das stimmt sogar. Nee, ist ein guter Job. Ja? Gut gemacht. Das ist noch voll hyped. Jetzt kommt der B-Rush und der wird denied. Nichts kommt. Können alleine mit ihr spielen. Geld auf A, ey. Mit der Zwecks Teilung. Mhm. Die Zwecks Teilung. Was ist denn das jetzt für eine Aufteilung auf einmal? Wer ist denn blau? Hat der ist blau. Ich komme hier nicht durch, weil ich so verwirrt bin. Weil du keine Moves hast. Mitte 2. Die Winde auf. Rüeber mir. Hat er gecallt, Alter. Ja, ich war aber noch mit Mitte beschäftigt. Winde auf. Winde auf. Winde auf. Da du Schauf, hast daneben geschossen, links daneben, der war noch nicht ready der Er ist schon auf B drauf, er ist auf, wahrscheinlich hat er die, ah lol Lass dir keine Scheißen von Alex jetzt Da kommt er über CT oder Mitte oder so Er kommt eben in the room, recht gut Er war aber verwöhnt Der hätte ich fast gehabt Ja, der hätte Was ist jetzt los hier auf einmal mit Totten So, ich spiel jetzt hier Scout Du bist nicht Scout Ich kann das überhaupt nicht Ich kann nicht mal ne Viertel Drehung mit meiner Maus Du bist halt nur die Baby-Hooks, ey Ja, mach ich niemals im Leben Grenade Was machen die Latschungs denn da immer, ey? Mann ey, das ist voll der Meine Waffe ist leer Was mit der M42 geht's gut Ja? Jetzt hier, pass auf, da lernen wir's Das ist die berühmte Pile Flash Oh oh Ich bin nicht da So, jetzt smoke's man sich rein Ausweichen Ja, da war an, glaub ich Ja, da war an, glaub ich Ich hab ja auch Wack auf Tetris los Perzentage Ah Ecke Voll Endus 30 Am Hatcher Quasi tot Wird vor kaput Krass Hätte gesagt, minus 30 Quasi tot So, jetzt kommen sie endlich noch B, ja Jetzt das kommt noch mein A´s Und ich will das Ding vorbei Nehm ich auch noch nen Taser mit, falls ich nachladen muss Wieso habe ich denn jetzt einen Taser? Hast du mir den gekauft gerade? Nein, den hast du gerade aufgehoben. Geil. Geil. Mach gar keinen Sound, wenn man den direkt am Start abschießt. Ja, Sound gemacht. Wer ist denn das jetzt hier schon wieder? Der ist jetzt der Mofo-Typ bei mir. Oh, sorry Hotter. Wir sind nicht einmal B gewesen. Ich habe keinen Nade. Hinter mir, Leute. WTF? Achso, eine Kunde hat mich erschossen. Das war ein Gegner. Ich weiß nicht wo der letzte ist, leider. Rechts, links, keine Kunde. Mit der oben oder so. Boah. Das war richtig spannend, würde ich sagen. Easy Killern, Alter. Oh, D&G bin ich jetzt. Magen und Alexis. Easy with us. Ja, das war nichts, Leute. Es war ein bisschen Schitz am Abend. Macht's gut, tschau. Tschau, tschau. Tschau, tschau.